Hallo, ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich habe heute einen England-Hall für euch, denn mein Freund und ich, wir waren acht Tage lang im Urlaub in England. Wir haben uns London angeguckt und waren noch ein paar Tage in Brighton. Das ist eine sehr süße Hafenstadt. Naja, Hafen ist es nicht, aber es ist eine sehr, sehr schöne Stadt am Meer. Und wir haben so viele tolle Eindrücke gewonnen und natürlich auch geshoppt und so weiter. Und für diejenigen, die mir auf Snapchat folgen, die haben es schon gesehen, die wissen, dass ich schon vor Ort war sozusagen und haben die Eindrücke schon live miterlebt. Für die anderen, die es nicht waren, ich werde euch hier auf jeden Fall einen kleinen England-Vlog zusammenstellen. Wie genau, weiß ich das noch nicht. Ich bin noch daran, die Daten auszuwerten, die ich gemacht habe. Vielleicht habt ihr ja Lust dazu, dann würde es mich freuen. Ihr könnt mir ja Feedback lassen nach diesem Video, ob ihr Bock habt, auch so einen kleinen England-Vlog, Video, Follow-me-around, sowas in der Richtung. Und ja, ich habe mich natürlich länger nicht vor der Kamera gezeigt und das tut mir auch wahnsinnig leid. Es gab so keine Vlogs oder keine wirklichen Videos, wo ich mit euch geredet habe. Außer jetzt bei Snapchat oder mal bei Instagram. Also wenn ihr mir da folgt, dann kriegt ihr immer so aktuelle Sachen mit. Es hatte einfach gesundheitlich zu tun, dass ich mich nicht so gerne vor der Kamera gezeigt habe und ich fühle mich auch jetzt noch nicht hundertprozentig wohl vor der Kamera. Das hat einfach damit zu tun, dass sich bei mir gesundheitlich etwas verändert hat. Es ist jetzt nichts Weltbewegendes und es ist jetzt nicht unglaublich gefährlich oder schlimm, dass ihr euch Sorgen machen müsst. Es hatte mit gewissen Umstellungen zu tun. Ich habe die Pille abgesetzt. Daraufhin gab es gewisse, ich sag mal, Konsequenzen, mit denen ich jetzt nicht so stark gerechnet hatte, dass sie mir zu schaffen machen. Wenn ihr da vielleicht mal Lust auf ein Gesamtheitsvlog-Update habt, das zählt ja auch so ein bisschen zum Lifestyle. Das interessiert vielleicht auch viele Frauen. Ich habe mir jedenfalls in dieser Zeit, wo es mir nicht so gut ging, sehr viele Videos angeschaut von Frauen, denen es genauso ging, die viele Erfahrungen gemacht haben in Bezug auf Schilddrüse und Hormone und so weiter. Vielleicht habt ihr ja Lust darauf, mal ein Feedback bzw. Infovideo zu haben. Dann hinterlasst mir gerne mal einen Kommentar. Wenn nicht, dann, ja, es geht mir wieder besser. Es wird besser. Es dauert etwas einfach. Man muss da Geduld haben und aus dem Grund, ja, habe ich mich einfach nicht so wohlgefühlt, mich wieder vor die Kamera zu setzen und mit euch zu reden, weil ihr wisst dasselbe, wenn man sich im Spiegel anguckt und man fühlt sich irgendwie unwohl, dann, ja, für diejenigen, die mich vielleicht schon länger gucken, die bemerken vielleicht auch den Unterschied zu den letzten Videos im letzten Jahr. Ja, aber darum soll es jetzt gar nicht gehen. Ich möchte euch unbedingt gerne meine Haul zeigen. Es wird bestimmt wieder sehr langes Video und ihr mögt das ja, glaube ich, sehr gerne. Und ja, ich zeige euch jetzt einfach mal, was ich geshoppt habe und ich fange einfach zwischendrin an. Ich weiß jetzt nicht, chronologisch gibt es da eigentlich irgendwie nicht so viel. Also fange ich mal mit dem an, was ich auf jeden Fall haben wollte. Und zwar war das das neue Harry Potter Buch und zwar der Harry Potter and the Cursed Child. Das ist das Buch zum jetzigen Theaterstück, das dort aufgeführt wird. Ich hatte es mir auch sehr gerne angeguckt vor Ort. Allerdings sind die Karten restlos bis Ende des Jahres ausgebucht. Und aus dem Grund war einfach keine Chance da. Und wir hatten auch so viel Programm, dass wir gar keine Zeit hatten wirklich. Also es war wirklich für uns, die ersten vier Tage in London waren schon sehr stressig und anstrengend. Und die Stadt ist sehr voll gewesen, sehr viel. Wir hatten Ferien, es waren sehr viele Touristen da. Aber wir konnten eine Menge sehen und eine Menge mitnehmen. Und ich wollte unbedingt den neuen Harry Potter haben. Ich habe mir damals, als ich mit meiner Mutti schon in England war, den siebten Band gekauft, der aktuell damals rauskam. Und ich wollte natürlich gerne auch das Original haben, weil ich habe alle Bücher im Original gelesen und habe die Deutschen halt als Hörbücher gehört. Und wollte natürlich auch das Script als Original haben und nicht in Deutsch. Und ja, wollte es natürlich auch mir dort in Waterstone, also das sind so die, ich sag mal, Talia-Buchhandlungen wie bei uns, kaufen, weil es einen gewissen Erinnerungswert dann an mich auch hat, finde ich immer. Weil, ja, wenn ich es dort vor Ort kaufe, hat nochmal irgendwie ein bisschen mehr was Magisches, als wenn ich es hier irgendwo bei uns im Buchladen kaufe. Es verbindet mich einfach mit dem England-Urlaub sozusagen. Ja, so sieht es nochmal aus ohne ein Band. Es ist wunderschön gestaltet. Es hat diese Gold-Embleme. Also das ist wirklich sehr, sehr schön. Ich habe schon angefangen zu lesen. Ich bin jetzt, glaube ich, schon im vierten oder fünften Akt, also noch ziemlich am Anfang. Und es spielt ja 19 Jahre nach der Story, also wirklich eine Fortsetzung. Allerdings ist dieses Script geschrieben worden mit zwei Autoren noch. Also mit J.K. Rowling und noch zwei anderen Autoren. Es ist eine Art Fanfiction und keine, also es ist eine Fortsetzung, aber auch keine, ich sag mal, wie soll man das sagen, keine Original-Fortsetzung. Es ist eine Art Fanfiction. Es ist für das Theaterstück einfach geschrieben. Und es findet es sehr einfach zu lesen. Und es gefällt mir bis jetzt ganz gut. Und wenn ihr mal Lust auf eine, ja, Bücher-Review habt, ich habe jetzt nicht ganz so viel Zeit zu lesen, aber ich lese sehr, sehr gerne oder ich kaufe mir auch hin und wieder mal Bücher. Wenn ihr mal Lust habt auf sowas, dann sagt mir das doch bitte auch mal in den Kommentaren. Dann mache ich auch gerne mal eine Review zu dem Buch. Ja. Und ich war dann in diesem schönen Waterstone-Buchladen und das war alles sehr, sehr toll da und sehr, ach, ich liebe es einfach woanders mal zu stöbern. In anderen, ja, Buchläden oder in anderen Shops und so weiter. Und habe dort noch auf dem Tisch neben dem Buch ein Notizbuch entdeckt und zwar einmal mit dem Hogwarts-Emblem drauf. Ja, das ist ein ganz normales Notizbuch in so einem Fake-Ledereinband. Also es ist so ein bisschen wie Moleskin und ich liebe die ja, wie ihr wisst. Und ja, es ist natürlich Harry Potter-like und es ist ein Journal-Buch. Also es hat Linien. Innen drin ist es wunderschön gezeichnet. Da seht ihr Hogwarts und mit dem Ganzen und man hat hier sozusagen noch ein Band, wo man seinen Namen reinschreiben kann. Und dann gibt es hier noch so eine kleine Legende über Hogwarts und die Halle und so. Und dann kann man seine Notizen hier reinschreiben. Ich weiß noch nicht, wofür ich es benutze, aber ich fand es so schön, dass ich es mitnehmen musste. Ich habe sowas hier in Deutschland einfach noch nicht gesehen gehabt. Es kann sein, dass es von Moleskin auch mal eine Harry Potter-Reihe gab, so wie es auch Star-Wars-Bücher gibt von Moleskin, aber die habe ich halt nicht gesehen. Da hinten seht ihr noch mal den Quidditch-Platz und ich fand das wirklich toll. Musste es einfach mitnehmen, auch wenn es sehr teuer war. Es gab dazu noch mal das in Rot mit Gryffindor und einmal in Grün für Slytherin, aber ich habe mich für das Braun entschieden, weil das war einfach das, was mich als erstes angesprungen hat. Und dann habe ich halt das mitgenommen. Ja. Und ich habe in dem Waterstone dann noch in so einer Kiste gewühlt und da gab es so Pins und Anstecker von Harry Potter und da gab es natürlich auch die ganzen, ihr wisst schon, die ganzen Häuser und auch das Hogwarts-Logo. Und ich habe das Hogwarts-Logo damals mir schon gekauft als Schlüsselanhänger. Und ich wollte für meinen Koffer, weil an meinem Koffer hängt schon ein kleiner Schlüsselanhänger mit, ja, da steht halt der Hogwarts-Express drauf. Und ich wollte dann sowas haben, was ich noch an meinen Koffer pinne. Und das ist jetzt ein Pin, wo halt Quidditch-Captain draufsteht. Und das fand ich irgendwie witzig, weil das mal was ganz anderes ist als diese ganzen Embleme. Dann waren mein Freund und ich den einen Abend in Covent Garden. Und Covent Garden ist eine sehr schöne kleine Ecke, wo man gut essen kann, wo auch Live-Musik gespielt wird, wo natürlich auch sehr viele Stände sind mit, ja, so Accessoires und mit Handmade, aber auch mit, ja, den typischen Souvenir-Shops. Da waren wir in einem Moomins-Shop, also wer die Moomins noch kennt. Super süß, das war natürlich alles viel zu teuer, aber wir haben da auf jeden Fall mal reingeschaut. Ich werde euch hier vielleicht ein bisschen was einblenden, aber asiert ihr das vielleicht auch sonst noch mal im Vlog, auf jeden Fall. Schaut da unbedingt mal vorbei in dem Moomins-Shop, wenn ihr in London seid, es einfach so niedlich anzuschauen. Und auch Covent Garden hat wunderschöne kleine Lädchen, wo man stöbern kann. Ja, und wir haben gedacht, wir brauchten, wir waren die ersten Tage sehr geizig, weil man erstmal mit dem Pfund klarkommen muss und es war alles eine Umstellung erstmals und ich kam auch mit dem Geld zuerst überhaupt nicht zurecht. Hinterher war ich echt schon Profi drin und wenn man drei Tage, vier Tage da ist, merkt man, dass man es doch irgendwie schnell hinkriegt. Und ja, wir waren da sehr geizig, weil man, ein Pfund ist natürlich mehr als ein Euro, aber hinterher musste man dann einfach so sehen, ja, für uns ist der Pfund jetzt der Euro und der Pfund ist günstig für uns jetzt, wenn es nur einen Pfund kostet. Also mussten wir da einfach durch, ja. Und dann haben wir irgendwann ab Tag drei wirklich geshoppt. Das war auch da, wo ich dann die Bücher mitgenommen habe, aber ich wollte ja auch, wie gesagt, den Harry Potter wirklich haben, auch wenn ich ihn hier wahrscheinlich günstiger kriegen würde, aber es geht mir einfach um das Flair. Ihr versteht das schon. Ich glaube, Harry Potter Fans verstehen das schon, dass man den einfach in England kauft, wenn man da ist dann. Ja. Egal. Auf jeden Fall hatten wir dann da so unsere Souvenir-Zeit und haben dann, er hat sich so einen kleinen Hund, so einen Wackeldackel mitgenommen, so einen Boxerhund mit Union Jack Outfit und ich wollte unbedingt irgendwas Kitschiges haben und habe mir diese Big Ben Salzstreuer gekauft. Salz und Pfeffer ist das. Ich fand die einfach witzig. Ich weiß noch nicht, ob wir sie wirklich verwenden oder ob ich einen dort noch verschenke, weil sie ja beide gleich sind und wir nicht zwei brauchen, so theoretisch, weil Salz und Pfeffer, naja, wir haben unsere Pfeffermühle, aber ich fand das einfach witzig und wir wollten unbedingt irgendwas sehr Kitschiges haben. Ja, und dann waren wir dort im Covent Garden im Paper Chase. Paper Chase ist sowas wie, ich würde mal sagen, so ein Deko, ähm, ja, ja, was, wie nennt sie das hier in Deutschland, so Schreibwarenladen, sowas in der Richtung, da kriegt man halt ganz viel Kleinkram, äh, Karten, Grußkarten, Notizbücher, Kalender, ähm, Dekoartikel, so für Partys und so weiter. Also da gab es ganz viel bunt durcheinander, ganz viele witzige Sachen und wir haben da so ein bisschen gestöbert und wir haben da so kleine niedliche Radiergummis mitgenommen in, ja, das ist jetzt ein kleines Einhorn und ich habe zwei mitgenommen, weil ich sie verschenken wollte. Die fand ich super, super süß. Allerdings weiß ich noch nicht, äh, weil ich jetzt für die Person, für die eng gedacht werden, was anderes gefunden habe, ob die die bekommen oder ich sie jemand anders schenke. Äh, dann musste das kleine Schweinchen auf jeden Fall mit, ist so super, super süß und ich ärgere mich, dass ich nicht noch ein zweites mitgenommen habe für mich, aber, ja, das kriegt auch eine ganz besondere Person. Und, äh, ein kleiner Dinosaurier, beziehungsweise ein T-Rex aus Radigummi, ich fand den auch sehr witzig, der ist für meine Schwester. Aber sie liebt nämlich Dinosaurier und wo wir dann im National History Museum waren, was auch ein sehr, sehr schönes Museum ist, also da müsst ihr auch unbedingt mal rein, wenn ihr in London seid, wenn ihr so auf Naturkunde und so abfahrt. Da sind ja Dinosaurier-Skelette ausgestellt und das ist schon, ja, etwas, was sie sehr liebt und da habe ich ihr das mitgenommen zu dem Geschenk, was sie noch bekommt, weil sie hatte Geburtstag, sie ist 30 geworden und, ähm, meine kleine Schwester ist schon 30 und da muss ich natürlich irgendwie, ähm, ihr was Besonderes mitbringen. Ja, und da haben wir im Paper Chase zum Beispiel noch dieses witzige Einhorn gefunden. Ich bin ja eigentlich überhaupt kein Einhorn-Fan, das habe ich auch das letzte Mal gesagt gehabt, äh, glaube ich, ähm, nach der LBM, glaube ich, wo ich das Einhorn gekauft habe für die liebe Laura und, äh, ja, ich fand aber dieses hier so süß, dass ich es mitnehmen musste, weil es einfach so, so arrogant und so eingebildet guckt und es ist einfach so, so niedlich und, ja, das habe ich mitgenommen. Es ist ein Schlüsselanhänger, ähm, den bekommt eine sehr liebe Freundin von mir, die auch sehr auf Einhörner steht und ich habe mir selber folgendes mitgenommen und zwar dieses hier. Es ist ein Flüscheinhorn, aber es ist so niedlich. Ich, ich konnte an dem einfach nicht vorbeigehen. Es ist so ultra süß und, ähm, hat diesen super arroganten, eingebildeten Blick, was super zu einem Einhorn passt und, äh, ja, ich hatte euch per, ähm, Instagram gefragt und per, ähm, Facebook, was für einen Namen ich diesem Einhorn geben sollte und ich habe mich jetzt entschieden für, ähm, es ist jetzt Baronin oder Gräfin Erna Isolde von Rainbow Island, ja, oder der Regenbogeninseln, wie man auf Deutsch sagen würde und ich finde, das passt ganz gut zu ihr. Also sie ist jetzt, äh, eine Gräfin der extravaganten Klasse und ich liebe sie. Sie ist wunderschön. Oder? Wer findet sie noch wunderschön? Übrigens ist das ein, ähm, Paper Chase Eigenmarke. Da seht ihr nochmal den, das Logo und, äh, ja, es gibt ganz viele Sachen mit Erna Isolde. Und dann war ich im Covent Garden natürlich im ersten englischen Kiki K und jeder, der auf Filofax und auf Kalender und auf, äh, Stationary und dieses ganze Filofaxingedöns steht. Der kennt auch Kiki K, weil Kiki K ist eine amerikanische Marke, die halt, äh, Kalender auch herstellt. Ähnlich wie auch Filofax mit Ringen und so weiter und natürlich auch Kalender ohne Ringe. Und ich war in dem ersten Shop in London und der war im Covent Garden und der war so toll und die ganzen Mitarbeiter waren so süß und so lieb und es war einfach, ich war auch so überwältigt vor dem ganzen Angebot, ähm, sie hatten auch gerade ein Angebot, dass man mal irgendwie für 30 Pfund eingekauft hat, hat man noch 20% bekommen und ich konnte mich zwischen den ganzen Sachen gar nicht entscheiden, weil es einfach so schön war. Es waren so viele tolle Notizbücher da, Journaling Books, ähm, Kalender und ich hab zwischen zwei Dingen wirklich hier gehadert und hab's dann im Endeffekt aber nicht mitgenommen. Hab mich hinterher doch ein bisschen geärgert, aber ich hab mir einfach gedacht, ich schreib da sowieso nicht rein. Ich hab so viele leere Notizbücher, auch dieses Harry Potter Buch und weiß einfach gar nicht, was ich da wirklich reinschreiben soll. Und hab auch bei mir im Zimmer schon so viele schöne Notizbücher liegen, wo ich einfach, ja, nie angefangen hab, was reinzuschreiben. Und vielleicht könnt ihr mir mal einen Tipp geben, was ihr so in Notizbüchern schreibt oder ob wir die auch einfach nur sammeln, weil sie schön sind und einfach nicht wisst, was ihr da reinschreiben sollt. Ich hab mich jedenfalls im Kiki K für drei Sachen entschieden. Und zwar hab ich mich einmal für eine Tasse entschieden in diesem, ja, ich sag mal, Watercolor Look Pink Gold Rosé. Und, äh, diese Tasse bekommt meine Schwester, weil sie ja Geburtstag hatte. Und sie ist echt wunderwunderschön. Schaut mal an, wie sie aussieht. Ähm, und sie liebt ja Kaffee. Da steht auch noch ihr, äh, Be here now. Und ich fand, ähm, da waren wirklich viele schöne Muster, auch mit Goldpunkten und mit Türkis und, ähm, ja, schwarz-weiß und so. Da waren wirklich tolle Sachen dabei. Und die hat so einen tollen Henkel. Also sieht sehr, sehr schön aus. Ist mal was Besonderes. Und ich hab den mitgenommen, weil ich da sehr an sie denken musste. Und sie hatte halt gesagt, wenn du eine schöne Tasse für mich findest, dann würde ich mich darüber sehr, sehr freuen. Also hab ich sie mitgenommen. Und die bekommt sie jetzt mit dem kleinen Dinosaurier, ähm, Radiergummi. Und dann bekommt sie noch etwas, was ich ihr im Disney Store gekauft hab. Da komm ich auch noch gleich zu. Und ich hab mir selber, nach dem langen Hin und Her überlegen und ich mich gegen die Notizbücher entschieden hab, hab ich mich für dieses hier entschieden. Das ist ein Paper Lovers Book, so heißt es, mit dieser süßen Katze drauf. Und im selben Look hab ich mir einen besonderen Kugelschreiber gekauft, den ich halt auch auswechseln kann. Weil da waren natürlich auch so Feinleiner und so weiter. Aber die konnte man dann nur wegschmeißen und nicht austauschen. Und hier kann ich mir eine neue Mine immer reinmachen. Und den fand ich schon sehr, sehr süß, weil da diese Katzen drauf sind. Also, wenn ihr das seht, das ist so süß. Und den hab ich mir mitgenommen für mich. Und dieses Book, und dieses Book ist zum Beispiel, das ist ein Kreativbuch. So sieht das aus. Das sind verschiedene Sachen aus Pappe, die man rausdrücken kann, ausschneiden kann und basteln kann. Und da wollten mein Freund und ich uns mal einen Nachmittag hinsetzen und das Ganze mal, ja, durchgehen. Weil er ja auch so ein Papierbastler ist und wir fanden das beide sehr, sehr schön. Und, ja, mal gucken. Vielleicht machen wir dazu nochmal so ein Extra-Video, wenn uns das sehr gut gefallen hat. Mal gucken. Auf jeden Fall habe ich die 20% ausnutzen können und war sehr, sehr glücklich. Und ich würde auf jeden Fall jedem empfehlen, zum Kiki K. zu gehen im Covent Garden, wenn man dort vor Ort ist. Und ich werde auch das nächste Mal, wenn wir da sind, auf jeden Fall wieder bei Kiki K. vorbeischauen. Ja. Dann mache ich weiter mit einer Sache, die ich nicht gekauft habe. Und ihr solltet euch wirklich wundern, warum hat sie die nicht gekauft. Wir waren im Hamleys den einen Tag. Das war der ganz, ganz große Spielzeugladen in London. Der ist auch absolut abgefahren. Über vier Stockwerke ist das rein nur mit Spielzeug und man kann alles testen und ausprobieren. Und es war einfach sehr witzig. Und wir haben da so viele Kindheitserinnerungen wieder gesehen, wo man sagt, so, oh ja, das kenne ich noch aus meiner Kindheit. Da habe ich doch mitgespielt und so. Und ich musste dringend auf Toilette. Denn in England ist es so, dass es keine öffentlichen Toiletten gibt. Man muss dort wirklich in Kaufhäuser oder in Geschäfte gehen. Was ja kein Problem ist, weil die Geschäfte darauf ausgelegt sind. Und der Hamleys hatte natürlich dort Toiletten. Und ich war da und ich war dann da alleine und habe dann da etwas liegen sehen, wo ich dachte, oh, das hat jemand vergessen. Und es kam auch keiner zurück. Ich habe extra noch ein bisschen gewartet. Und ich wusste auch nicht, wo ich es abgeben sollte, weil der Laden sehr, sehr voll war. Und an der Kasse war es sehr, sehr voll. Und ich wollte mich nicht anstellen. Ich wollte da nicht mich vordrängen. Es war auch so der erste Tag, wo wir da waren. Und da traute ich mich einfach auch noch nicht so auf Englisch so viele Leute anzuquatschen. Ich weiß es nicht. Und dieses schöne Stück hier. Das ist eine Weihnachtskugel im Big Ben. Und der glitzert. Und er ist wunderschön. Und die Dinger sind super teuer. Das ist von der Marke Gisela Graham. Auf jeden Fall hat das 6 Pfund gekostet. Das ist umgerechnet fast 10 Euro. Für alles, weil eine Weihnachtskugel wirklich echt teuer ist. Und ja, ich habe den jetzt mitgenommen. Man mag daran denken, was man will. Aber ich weiß es nicht. Hättet ihr das gemacht? Ich habe in dem Moment nicht so wirklich drüber nachgedacht. Außer es ist zu schade, dass es hier liegt und nachher kaputt geht. Dann freue ich mich lieber drüber. Und die Person, die es gekauft hat, es tut mir leid. Aber wahrscheinlich wird sie niemals wissen, wo sie es verloren hat. Und würde es ewig suchen. Und ja, deswegen habe ich ihn mitgenommen. Und ich finde den sehr süß. Ja, mal gucken, ob ich ihn mir dekoriere zum nächsten Weihnachten. Oder ob ich mir so irgendwo hinhänge. Ja, den einen Tag waren wir dann noch im Britischen Museum. Und im Britischen Museum ist es ja alles sehr, ähm, naja, es ist sehr geschichtlich dort. Also ihr kriegt ganz viel Info über die Ägypter, über die Griechen, über die Assyrer, über ganz viel Mythologien und auch ganz viel, ich sag mal, echte Sachen. Also wie gesagt, wer bei Snapchat vorbeigeschaut hat, hat das schon gesehen. Die haben da ganz viel Sarkophage ausgestellt und Schmuck und besondere Kelche und sowas alles. Und da gibt es auch noch einen Raum, der ist sehr, sehr schön. Da sind sehr viele kleine Dinge ausgestellt und Bücher und so eine Art Bibliothek. Und allein dieses Museum ist so wunderschön von der Architektur her. Auch das National History Museum ist wirklich wunderschön von der Architektur. Also wie gesagt, wenn ihr in London seid und ihr habt Bock auf sowas, dann geht mal in ein Museum. Das lohnt sich wirklich. Allein, dass sie kostenlos sind. Ihr könnt euch daran aufhalten. Ihr habt freies WLAN dort. Und ich hab natürlich dort in dem kleinen Shop noch ein bisschen was mitgenommen, weil ich auch an eine Freundin denken musste, die sehr Ägypten-Fan ist, wie ich auch. Und aus dem Grund hab ich mir selber diese kleine süße Pyramide mitgenommen. Das ist ein Radigummi. Den werd ich mir auf meinen Schreibtisch stellen. Ich find den einfach sehr, sehr witzig. Und könnte man den auch als Briefbeschwerer nehmen. Er ist nämlich auch sehr, sehr schwer. Und dann hab ich noch so einen Stift mitgenommen. Ein Bleistift mit der Pyramide oben drauf. Und da sind hier die Hyroglyphen, das Alphabet drauf. Und ja, den bekommt eine Freundin von mir, weil sie, wie gesagt, sehr Ägypten-Fan ist. Und ich hab dann noch so kleine Skarabinsteine mitgenommen, die man an ein Band machen kann. Und davon wird sie auch einen bekommen. Und einen behalte ich. Ja. Und dann haben wir noch ein Geschenk mitgenommen von einer Freundin, die ebenfalls gerade 30 geworden ist, als wir im Urlaub waren. Und das ist natürlich eingepackt. Das kann ich euch jetzt nicht zeigen. Das ist eine Schreibfeder mit Tintenfass. Sehr, sehr schöne Ausführung. Und weil sie sehr, sehr eine schreibt, bekommt sie halt dieses Geschenk von uns. Ja. Und ihr müsst auch keine Sorgen haben, denn alle Geschenke, die ich euch hier gezeigt hab, haben die Person jetzt schon bekommen. Wir waren den einen Abend noch am Piccadilly Circus. Das ist auch einer der begrümmtesten Eckpunkte von London. Das ist diese große, ähm, ähnlich wie Times Square in New York, noch viel, viel kleiner. Mit dieser großen Wand, die ja da überall Werbung spielt. Und da ist ein riesen Boot und das ist so eine Art Knotenpunkt. Ich würde mal sagen, eine Art Kreuzung. Und da ist in der Nähe der M&M Store. Und wir waren den einen Abend noch da, um Fotos zu machen. Und dann hab ich zu Matti gesagt, lass uns doch nochmal in den M&M Store gehen. Der ist hier in der Nähe und der hat bis 10 Uhr offen. Also ich möchte in England nicht arbeiten. Die haben keine gesetzlichen Öffnungszeiten, was natürlich für ein Touri cool ist, aber für einen Arbeiter dort echt anstrengend ist. Und ich komme aus dem Einzelhandel. Ich weiß, wovon ich rede. Es ist super anstrengend. Und jeder Geschäft macht da seine eigenen Öffnungszeiten. Und der M&M Store hatte noch bis 10 Uhr abends auf. Ähm, es gab da einige Läden, die hatten sogar bis 1 Uhr nachts auf. Oder bis Mitternacht. Äh, das tat mir wirklich leid. Aber das ist da so. Also, und auch sonntags. Sie haben auch sonntags offen und so weiter. Also, wie gesagt, als Touri ist es cool, aber arbeiten möchte ich da nicht. Und wir waren im M&M Store. Ich hab hier die kleine Tüte noch aufbewahrt, weil ich mir natürlich, wie alle anderen auch, die dort sind, M&Ms abgefüllt habe. Das ist schon die Hälfte der Tüte. Wir haben schon ganz schön viel gegessen. Ähm, die haben leider keine Extrasorten, so wie in New York oder so. Oder in Asien. Sie haben wirklich, wie bei uns, nur Schoko-Peanut und Crispy. Und, ähm, allerdings in verschiedenen bunten Farben. Und ihr seht hier noch ein bisschen. Ich hab hier so Pastellfarben drin. Und, ähm, ich hatte da die Union Jack Farben drin. Und die sind immer zu Themen irgendwie, ja, abgefüllt. Ihr könnt sie einmal so regenbogenfarbenmäßig abfüllen. Oder ihr könnt sie halt schon gemischt abfüllen. Und, ähm, ja, die sehen jetzt schon ein bisschen fertig aus, weil sie hier durch das Wetter, wir haben nicht damit gerechnet, dass es hier 30 Grad sind. Und auch in London waren es 30 Grad. Da hat die Schokolade ein bisschen gelitten. Aber sie schmecken immer noch gut. Ich muss sagen, der M&M Store hat mir gar nicht gefallen. Es sind zwar drei riesige Stockwerke, vollgestopft mit Merchandise. Ich bin nicht so ein Fan von diesem Merchandise. Das hat mich nicht so angesprochen. Ich fand das sehr kitschig und, ähm, hab mich gefragt, wofür ich es brauche. Aber es gibt Leute, die stehen da wohl drauf. Und diese kleinen Spender sind ja auch ganz witzig. Also dieses Abfüllsystem, das ist noch ganz lustig. Das sollte man mal mitmachen. Allerdings fand ich es sehr unangenehm, dass es in diesem Laden ultra gestunken hat. Es hat so super gestunken in diesem Laden. Es roch nach diesen, natürlich nach den, nach den M&Ms. Aber es roch irgendwie, als würde man die im Keller irgendwie in riesen Bottichen kochen. So roch das. Also wirklich abartig wie, wie verbrannter Kaffee. Wenn, wenn Kaffee verbrennt, dann, oder wenn man es so röstet und diese Röst, ähm, diese verbrannten Röstaromen. Kennt ihr diesen Geruch? Ich finde den super eklig und ich fand diesen Geruch im M&M-Store sehr eklig. Und wir haben uns da keine 10 Minuten aufgehalten, weil ich das nicht ausgehalten hab da drin, weil mir so übel wurde da drin. Also es war echt schlimm. Also wer war schon mal da und kann das irgendwie nachvollziehen? Oder habt ihr das nicht so empfunden? Ich fand das wirklich super eklig. Also ich würde in New York vielleicht nochmal in den M&M-Store gehen, aber nur wegen den verschiedenen Sorten halt. Ich hab mir nochmal Peanut Butter gekauft. Die hab ich in Brighton in einem kleinen Candy-Shop-Geschäft gefunden. Ähm, da werd ich so eine Art Candy-Challenge machen. Ihr habt vielleicht Lust da drauf. Ich hab ganz viel Süßigkeiten aus dem Supermarkt gekauft. Ich hab mir auch Tee und sowas gekauft. Den könnte ich euch gleich vielleicht nochmal zeigen. Und, ähm, ja, vielleicht habt ihr da nochmal Lust. Batti und ich hatten Lust auf so eine Süßigkeiten-Challenge und probieren dann wirklich so bunt durcheinander, was wir uns da gekauft haben. Vielleicht habt ihr ja Lust auf ein Video. Wo ich grad den Tee erwähnt hab, hab ich jetzt grad nochmal den aus der Küche geholt. Ich hab mir einmal meinen Lieblings-English-Breakfast-Tee von Trinnings gekauft. Trinnings ist eine Marke, die ich sehr, sehr mag. Die gibt's in Deutschland leider überhaupt nicht. Man bekommt sie nur mal vielleicht ab und zu im TK-Maxx oder in verschiedenen Geschäften, die halt so englische Sachen einkaufen. Und da sind 50 Beutel drin. Ich hatte mir erst so eine günstige Sorte gekauft, ähm, vom Tesco. Das ist Tesco, das ist ein Supermarkt in England und da hatten die eine Eigenmarke. Und da hatte ich den English-Breakfast gekauft. Den fand ich nicht so lecker. Den hab ich in Brighton dann im Airbnb gelassen, weil halt, ja, mir da einfach nicht so gut geschmeckt hab, hab ich den da gelassen für die anderen Gäste. Vielleicht schmeckt er denen besser. Auf jeden Fall hab ich mir den Trinnings geholt. Den hatte ich schon mal als losen Tee und deswegen mag ich den sehr, sehr gerne. Und dann hab ich welche von Klippa mitgenommen. Klippa ist auch eine absolute Lieblingsmarke von mir. In Deutschland heißt sie Kappa. Fragt mich nicht, warum sie so heißt. Äh, ich hab das damals auch nicht verstanden, warum die hier in England Klippa und in Deutschland Klappa heißen. Ähm, auf jeden Fall ist es dieselbe Marke. Es gibt aber noch nicht alle Sorten davon in Deutschland. Und, äh, was ich an denen sehr, sehr liebe ist, dass sie natürlich, wie es auch schon draufsteht, absolut organic sind. Die sind bio. Deswegen haben sie auch einen sehr aromatischen und sehr schönen Geschmack. Ich kann einfach keine Kunst-Tees mehr trinken. Ich kann zum Beispiel keine Tees mehr von Mesmer oder Teekanne oder so trinken, weil ich jetzt langsam doch den Kunstgeschmack immer rausschmecke. Und ich stehe sehr auf die und gebe lieber einen Euro mehr aus und kaufe mir die. Obwohl die in England sehr günstig sind. Die haben da, glaub ich, nur knapp 1,50 Pfund gekostet. Obwohl das ist wie bei uns auch so 3 Euro. Das könnte man in etwa gleich sehen. Ähm, was ich sehr an der Marke mag, ist ja wie gesagt, dass sie bio sind und absolut fair trade. Und, ähm, die Beutel sind nicht geblichen. Das ist etwas, was ich auch sehr, sehr liebe. So sehen die halt aus. In England trinkt man einen Beutel ohne Faden und ohne irgendwas. Also das ist auch etwas, was man mögen muss. Und das Aroma ist der Wahnsinn. Also das ist jetzt Pafferminztee und der riecht schon wahnsinnig gut. Und wie gesagt, äh, ich mag das sehr, dass diese Beutel weder geblichen noch irgendwie, ihr müsst mal drauf achten, also wirklich die Teebeutel, das ist zwar alles Papier und so weiter, aber die sind alle vorgeblichen. Und das finde ich einfach der Umwelt zuliebe auch nicht so schön. Also ich bin jetzt nicht so das Öko-Mädchen und ich bin auch nicht kein Veganer oder kein Vegetarier, aber ich bin ein Mensch, der trotzdem auf gewisse Dinge achtet. Einfach für mich und meine Umwelt. Und, ähm, man sollte, ich, also ich achte da sehr gerne drauf, wenn mir die Dinge dann auch sehr gut schmecken. Das ist jetzt, äh, rein Peppermint, also Pfefferminztee. Und ich hab mir da nochmal mitgenommen Sleep Easy, den wollte ich unbedingt ausprobieren. Das ist eine Mischung aus, ich glaube, Kamille, jetzt muss ich mal gucken, Cinnamon Kamille, Rooibos, Lemon Balm, äh, Valerian Root und Orange Flavoring. Also, ne, das sind, ich bin mal gespannt, wie der schmecken wird. Ja. Da kann ich euch ja vielleicht nochmal ein Update sagen, wenn wir diese Candy Challenge machen vielleicht, wenn ihr Lust habt auf verschiedene Updates zu Tee oder so. Also, ich bin ja absoluter Teetrinker und liebe Tee. Und am liebsten habe ich Schwarztee. Ähm, deswegen, ja, von Klipper halte ich mir gerne auch den English Breakfast mitgenommen, weil ich den sehr liebe. Den kaufe ich mir immer in Deutschland. Allerdings hatten sie den nicht im Tesco. Ja. Und deswegen habe ich mir halt Trainings mitgenommen. So, dann mache ich jetzt nochmal weiter mit den Sachen, die wir auch in Brighton gekauft haben. Ich, äh, es ist jetzt einfach alles ein bisschen durcheinander, weil ich euch erstmal jetzt die kleinen Dinge zeige, dann die etwas größeren. Und in Brighton waren wir in so kleinen, äh, Gassen, nennt sich das, also The Lanes. Äh, und da sind super kleine, süße Boutiquen und kleine Geschäfte. Und da waren wir in so einem Deko-Nerdladen. Also, da gab es so ganz, ganz viel. Da habe ich auch, naja, an dich denken müssen. Ich musste die Bilder nochmal rüberschicken. Da gab es zwei Mops-Produkte, wo ich es total an dich denken musste. Das war einfach so süß. Aber ich konnte leider nicht jedem was mitnehmen. Und, ähm, meine Koffer war ja auch begrenzt und so weiter. Und ich habe mir auf jeden Fall mitgenommen, ähm, dieses süße Alice im Wunderland Tee Set. Das fand ich super niedlich. Und, äh, da sind halt ein kleines Geschirr drin. Und ich fand das sehr süß für meine Fotos und fürs Fimo und so weiter. Und, äh, mein Freund hat sich dann für seine Arbeitskollegen so Kleinigkeiten mitgenommen. Und hat, äh, für den einen Freund halt, äh, von Star Trek so einen Mini-Phaser gekauft. Und sehr, sehr süß. Und, ja, das ist das Tee Set hier. Das kann man bekleben. Da sind so Sticker dabei. Oh, hier so Alice im Wunderland Sticker. Ich weiß aber nicht, ob ich das machen werde. Äh, ich dachte, das wäre schon so gebrandet. Und dann ist hier nochmal ein kleiner Auszug als Buch von dem Original-Buch von, äh, Louise Carroll halt, äh, die Tee-Party drin mit Alice im Wunderland und so weiter. Sehr, sehr süß. Ich konnte daran nicht vorbei und habe mir das mitgenommen. Und ich habe mir dort in diesen Gassen nochmal von Seth & Belle, das ist auch so ein kleiner Dekoladen, dieses hier mitgenommen. Da hatten wir ja auch dasselbe nochmal mit Dog mitgenommen für eine Freundin. Ähm, und das ist super, super süß. Das werde ich mir hier irgendwo aufhängen. Ähm, a house is not a home without a cat. Und ich fand das super passend mit unserer Bitchy. Die habe ich übrigens sehr vermisst, aber die war ja bei meinen Verwandten oder meiner Familie sehr gut aufgehoben. Dann hatten wir in so einem kleinen, süßen Kartenladen und auch Deko und, ähm, ja, so ganz viele, hatten wir so Postkarten gefunden, die ich sehr, sehr süß fand. Die habe ich auch an eine ganz bestimmte Person denken müssen. Dann, ähm, die ist für mich, die fand ich sehr schön, weil es dieses mit den Ranken und den Punkten und so weiter, das ist einfach gerade so Filofaxing-mäßig, was ich sehr mag. Dann diesen Spruch hier für die Freundin, die das Geschenk bekommt. Und das ist für meine Schwester, ja. Und da hatten wir dann nochmal ein paar Karten mitgenommen. In einem Laden gab es auch so ganz viel Gedöns. Ich weiß nicht mehr, wie hießen die, Wester's oder R.S. Smith oder so. Also ich verlinke euch die Sachen mit den Läden, was ich finden kann, nochmal unten in der Infobox. Da könnt ihr dann mal gucken, ob es da Online-Seiten gibt. Dann könnt ihr da mal rein stöbern. Ach ja, W.H. Smith war das. Und da gab es auch so Eigenmarken. Da habe ich mir nochmal so Sticky Notes mitgenommen mit Candy. Die hatten ganz viele verschiedene, aber ich habe einfach so viel Gedöns schon gekauft gehabt, dass ich einfach nicht mehr alles mitgenommen habe. Und diesen süßen Schweinchenstift mit dem Radiergummi oben dran, den kriegt die Person mit dem Schweinchenradiergummi natürlich noch dazu. Ich war in verschiedenen Geschäften drin. Ich wollte in verschiedene Geschäfte rein, die ich hier in Deutschland nicht kenne oder beziehungsweise nicht in Hamburg kenne. Ihr werdet jetzt sagen, wirst Topshop und Forever 21 haben wir nicht in Deutschland. In Hamburg haben wir diese Läden alle nicht. Fragt mich nicht, warum. Und aus dem Grund wollte ich da unbedingt gerne mal rein. Und hatte dann in London in Forever 21 diesen süßen Rock hier gefunden, den ich sehr niedlich finde. Die hat noch ganz viel Sommerware, auch aus dem regulären Preis, aber auch schon die Herbstware. Den habe ich auch schon angehabt. Wer mir bei Instagram folgt, hat das schon gesehen. Den liebe ich sehr. Und witzig finde ich, dass der sogar Taschen hat, was man nicht sieht. Super cool. Und dann habe ich mir dort an der Kasse nochmal die Socken mitgenommen. Mit so süßen kleinen Häschen drauf. Die mussten einfach mit. Und Socken waren da super billig. Also ich glaube 2 Pfund. Ja, also 3 Euro laut Etikett. Ja. Dann waren wir in Brighton in Bershka. Und Bershka gibt es auch nicht bei uns hier. Und aus dem Grund wollte ich da unbedingt mal shoppen und mal gucken, was es so gibt. Und ich habe mir ein Basic mitgenommen. Das ist einmal dieses gestreifte T-Shirt. Das fand ich sehr, sehr süß. Weil ich momentan auch mit dieser Bluse sehr auf das maritime stehe. Und sehr auf gestreift. Und es passte sehr gut zu dem anderen Rock, den ich im Topshop gekauft habe. Und den zeige ich euch gleich. Und in Bershka habe ich dann noch einen Gürtel mitgenommen. Und zwar diesen schönen. Das ist kein echtes Leder. Aber sieht sehr, sehr echt aus. Und er hat dieses tolle gestickte Muster mit den Nieten und so weiter. Und fand den sehr, sehr hübsch. Und meine Hose war einfach nach 4 Tagen so locker. Vom dem ganzen Laufen und hin und her Gehetze. Dass ich einen Gürtel brauchte. Und im Topshop habe ich mir folgendes mitgenommen. Da fand ich sehr, sehr niedlich. In Brighton war das auch. Dieses Latz-Hosen-Kleid. Jeans natürlich. In schwarzer Jeans. Das Latz-Hosen-Kleid. Und es hat einen kurzen Rock. Ich hoffe, man kann das sehen. Ansonsten blende ich euch mal ein Tragebild ein. Und ich liebe dieses Latz-Hosen-Kleid sehr. Und wer in London gerade war, der hat dort festgestellt, dass Latz-Hosen und Latz-Hosen-Kleider gerade der neueste und letzte Schrei sind dort. Also sie sind da sehr innen. Und jeder trägt das da irgendwie. Und ich fand das sehr niedlich. Und ich hatte das an und dachte erst, ich habe Latz-Hosen zuletzt mit 13 getragen. Ich weiß nicht, ob ich dafür nicht so alt bin. Und mein Freund fand das sehr, sehr schön. Und in Verbindung mit diesem T-Shirt. Und dann hat er zu mir gesagt, du nimmst jetzt mit. Und sonst ärgerst du dich. Und er hatte Recht. Ich hätte mich auch geärgert, wenn ich es nicht mitgenommen hätte. Ja. Und er hat dort in Börschka noch ein T-Shirt mitgenommen. Mit seiner Jahreszahl drauf. Und eine Jacke, die ich sehr, sehr hübsch finde. Die er jetzt für den Übergang tragen kann. Ich finde, das steht ihm sehr, sehr gut. Und im Topshop hat er diesen schönen Hut gefunden. Ich finde, der hat so leicht Pete-Dorcey-Style. Aber das ist in London auch gerade sehr innen. Und er ist sehr, sehr schwierig mit Kleidung. Müsste ich so sagen. Deswegen bin ich sehr froh, dass er was gefunden hat. So, und jetzt komme ich zu meinem Letzten. Und zwar zu dem, was ich wirklich auch mit am schönsten finde. Meinen Sachen aus dem Disney Store. Und das wollte ich euch natürlich noch zeigen. Es gibt so viele schöne Sachen im Disney Store. Und wie ich finde, gar nicht mal so teuer. Zu guter Qualität. Und es war gar nicht so einfach, sich bei dem, wo es so voll war, zu entscheiden. Und ich zeige euch auf jeden Fall, was ich auf jeden Fall mitnehmen wollte. An der Kasse hängen immer so schöne Tüten mit Motiven. Und da war neu gerade natürlich Findet Dori. Und ich habe mir jetzt Zumania mitgenommen, weil ich Zumania sehr, sehr liebe. Ich liebe diesen Film. Wer hat den noch nicht gesehen, dann schaut ihn euch an. Es ist einer meiner Lieblings-Disney-Filme inzwischen. In England heißt er übrigens Zutropolis. Was ich auch wieder witzig finde. Bei uns heißt er Zumania. Im Original heißt er Zutopia. Why not? Ich liebe diese Tüte. Die ist richtig, richtig schön. Und ärgere mich, dass ich nicht noch die Findet Dori-Tüte mitgenommen habe. Aber gut. Und dann habe ich mich für die Sumsums entschieden. Ich habe nämlich noch gar keine Sumsums. Ich habe die immer auf Cons gesehen. Und ich muss sagen, in Deutschland sind die unglaublich teuer. Also die haben jetzt 3 Pfund das Stück gekostet. Und hier steht auch drauf, dass sie 5 Euro im Disney Store kosten. Und ich finde es wahnsinnig frech, dass sie auf Conventions fast 8 Euro kosten. Also unglaublich. Also nur weil die importiert werden müssen. Ich weiß es nicht. Wir haben ja noch keinen Disney Store in Deutschland. Also wäre schön, wäre leicht, wenn wir irgendwann einen hätten. Auf jeden Fall habe ich Donald mitgenommen. Weil mein Papa ist ja, der heißt so. Und meinen Papa, den verbinden wir schon seit Ewigkeiten mit Donald. Und er liebt auch die Ducks wie ich sehr. Die Comics und so weiter. Und deswegen musste ich ihm Donald mitnehmen. Und die Sumsums zum Beispiel haben hier unten so eine weiche Velour-Fläche. Und die sind eigentlich dafür gedacht, dass man den Handy, das Handybildschirm zum Beispiel sauber macht. Oder den Kamerabildschirm, finde ich super witzig. Ja und man sammelt sie natürlich. Die sehen, wer die Sumsums nicht kennt, da müsst ihr unbedingt mal googeln. Die sind so im Stil von so, deswegen heißen sie Sumsums, kleinen Bienen sollen sie darstellen. Und ich finde die süß. Es gibt alle möglichen Charaktere, von Disney-Charakteren bis zu Marvel, bis zu Star Wars. Also alles, was jetzt unbedingt Disney rausbringt, gibt es halt diese Sumsums. Und ich konnte mich so gut wie gar nicht entscheiden, weil die alle so süß waren. Und es gibt auch so Aladdin und Yasmin und Iago und Klopfer und Bambi. Das ist einfach so süß. Und wo ich da schon mal bei Bambi bin, ich habe meiner Schwester noch Bambi mitgenommen. Die hat als Kind Bambi sehr geliebt und hat bestimmt Bambi 5000 Mal am Tag geguckt. Und aus dem Grund habe ich ihr Bambi mitgenommen, weil ich jetzt nicht wusste, was so ihr Liebling ist. Ich hätte gerne noch Dory oder Nemo gehabt, aber die gibt es wohl noch gar nicht. Ja, den habe ich auf jeden Fall mitgenommen. Und für mich selber habe ich Ray und BB-8 mitgenommen. Ich bin ja absoluter Star Wars Fan. Und ja, BB-8 musste auf jeden Fall mit. Den fand ich so süß und knuffig. Und Ray fand die einfach witzig, hier mit den kleinen Boppels. Und ja, also Ray und BB-8 ist für mich. Ja, dann verschenke ich. Und in Brighton habe ich nochmal in einem kleinen Geschäft Judy Hopps gefunden. Und ich bin ja, wie gesagt, schon ein riesen Somania Fan. Ich hätte natürlich gerne die richtige Judy. Es gäbe natürlich die zum Politesen-Outfit noch, die normale Judy. Die hätte ich noch gerne und ich hätte Nick gerne gehabt, aber den gab es da nicht. Und aus dem Grund habe ich Judy Hopps als Politesse mitgenommen. Ja. Und hier seht ihr nochmal, dass sie so für Bildschirme geeignet sind. Super niedlich. Super süß. Und dann musste ich etwas mitnehmen, an dem ich nicht vorbeigehen konnte. Und jetzt wird sich jeder denken, oh Gott, warum? Und, oh nein, ist da irgendwas, was sie uns sagen will? Nein. Ich will euch damit nichts sagen. Ich konnte einfach nur daran nicht vorbeigehen, weil es so süß war. Also Disney hat sehr, sehr viel zu verschiedenen Themen. Ähm, also zu Aladdin, zu Belle und Schön und das Biest und zu Frozen und die haben sehr viele Themen. Und es gab zum Thema Bambi eine Baby-Kollektion. Und sehr niedliche Sachen, so Puschen und kleine Strampler und kleine Handtücher und alles mit dem Bambi. Und ich musste... Ich konnte... Ich ging nicht. Es war so süß. Es war so süß und flauschig. Ähm, das ist Bambi als Nuckel-Spucktuch. Und hinten ist es so... Es sieht aus wie so ein fliegendes Eichhörnchen, findet ihr ja nicht? Es hat dann diese Knotenenden. Es ist super flauschig. Es ist super weich. Und ich konnte einfach nicht... Es ist so niedlich. Also nein, ich will euch damit nichts sagen. Ich bin nicht schwanger und ich habe auch nicht vor in den nächsten Monaten, Wochen, Jahren Kinder zu bekommen. Also vielleicht noch, aber jetzt sofort noch nicht. Und für den Fall werde ich es mir einfach auch bewahren. Oder ich bewahre es mir auf, dass vielleicht einer aus der Verwandtschaft irgendwann mal Babys bekommt. Ja. Weiß ich noch nicht. Aber es ist so süß. Ich konnte einfach nicht anders. Es ist so niedlich. Ihr guckt, ihr müsst euch mal online die ganze Baby-Kollektion angucken. Es ist einfach so zuckersüß. Und ich fand es auch gar nicht so teuer. Es hat jetzt 8 Euro gekostet. Also... Ne. 12 Euro, 8 Pfund. Aber es ist okay. Für ein Spucktuch für Disney fand ich das irgendwie okay vom Preis. Ja. Eine Sache habe ich euch vergessen zu zeigen. Und zwar diesen Becher. Den habe ich nur einer Freundin gekauft, die immer sehr, sehr viel für mich macht. Auf jeden Fall, das war's. Oh Mann, das ist schon wieder ganz schön viel. Und ich habe ganz schön viel geredet. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß an diesem Video, an diesem Haul, was ich euch da irgendwie alles gezeigt habe. Ich werde euch verschiedene Sachen im Internet, in der Infobox natürlich, nicht im Internet, in der Infobox, unten verlinken. Da könnt ihr nochmal reinschauen und vielleicht könnt ihr da nochmal ein bisschen stöbern. Vielleicht ist da noch Sachen dabei, die ihr interessant findet oder die ihr selber noch nicht wusstet. Wenn ihr Lust habt auf einen London-Vlog, dann gebt mir dem Video einen Daumen hoch oder erzählt mir einfach, was ihr sehen möchtet. Wenn ihr Lust auf eine Candy-Challenge mit mir und Matti habt, wir haben auch eine japanische Candy-Challenge geplant, dann habt ihr vielleicht ja auch Lust darauf. Dann würde mich das auch sehr freuen. Und wenn ihr vielleicht auch Lust habt auf ein Video über Reisen, das wäre jetzt auch nochmal so ein Thema, was ich jetzt aktuell euch gerade berichten kann. Wir sind nur mit Handgepäck geflogen, was man beachten muss, was man einpacken muss, was bei uns so der Fall war und was ich für Tipps habe vielleicht für Städtereisen. Vielleicht habt ihr da auch Lust drauf, dann hinterlasst mir da auch nochmal einen Kommentar dazu, dann würde ich nämlich vielleicht auch mal ein Video abdrehen, was man beachten muss bei Handgepäck oder was wir beachten mussten und was man vielleicht auch vor Ort beachten müsste oder was wichtig ist, wenn man ein Land fährt, wenn man eine Städtereise macht. Also vielleicht habt ihr da ja Lust. Wir haben da so ein paar Tipps auf jeden Fall und wir haben ein paar Sachen ausprobiert und ein paar Erfahrungen gesammelt mit verschiedenen Dingen. Sachen, also ich meine da wirklich so Sachen wie technische Sachen wie, was mache ich mit den Ansteckern, weil die ganz andere Anschlüsse haben oder was könnte ich ja einpacken, damit mir die Städtereise einfacher ist. Wir haben so verschiedene Sachen vorbeck gekauft und da könnt ihr mir nochmal gerne euer Feedback zu da lassen. Das würde mich sehr, sehr freuen. Ich habe auf jeden Fall Lust auf solche Reisevideos. Vielleicht habt ihr ja auch Lust drauf. und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, ihr hattet Spaß in diesem Video. Wir sehen uns im nächsten, wenn ihr mögt. Und, ach ja, ganz, ganz wichtig und das muss ich an diesem Ende des Videos nochmal sagen. Wir sind auf der Konichi, natürlich. Wir sind auf der Konichi vom 16. bis 18. September in Kassel. Ich muss gerade mal überlegen. Ja, 16. bis 18. September in Kassel sind wir auf der Konichi wieder am Darkmoon Stand. Wir sind im Kolonaren Foyer. Kommt mich besuchen. Wenn ihr Lust habt, irgendwas... Ich versuche euch Neuheiten zu bieten und bin gerade fleißig am Vorbereitungen machen. Bin natürlich jetzt frisch motiviert, euch da Sachen zu zeigen. Wenn ihr da Sachen einkaufen wollt bei mir und ihr habt gewisse Wünsche, dann schreibt mich an, schreibt mir eine PN oder schreibt mir eine E-Mail oder schreibt mir bei Facebook, weil dann kann ich euch das mitbringen und auch drauf auslegen. Also dann weiß ich, was ihr wollt. Also wenn ihr bestimmte Sachen kaufen wollt, dann sagt es mir einfach. Okay. Und jetzt verabschiede ich mich. Ich danke euch fürs Zuhören und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns im nächsten Video und bis bald. Bye, bye. 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 Untertitelung des ZDF, 2020